Ein russischer Beamter hat erklärt, dass die Entscheidung Washingtons, der Ukraine zu erlauben, tief in Russland mit amerikanischen Langstreckenraketen zu schlagen, zu einem Dritten Weltkrieg führen könnte. Vladimir Jabarov, der erste stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für internationale Angelegenheiten des russischen Föderationsrates, sagte auch, dass die von Joe Biden berichtete Maßnahme eine schnelle Antwort erhalten würde. Die New York Times berichtete heute, dass der amerikanische Präsident Joe Biden der Ukraine zum ersten Mal erlaubt hat, russisches Territorium mit amerikanischen Langstreckenraketen anzugreifen. Dieser Schritt erfolgt nach vielen Monaten von Anfragen des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, die ukrainische Armee zu erlauben, amerikanische Waffen zu verwenden, um die russische Armee auf russischem Territorium anzugreifen. Nach der amerikanischen Genehmigung haben Frankreich und Großbritannien dem Beispiel von Joe Biden gefolgt und der Ukraine erlaubt, Scalp- und Stormschedow-Raketen einzusetzen, um Russland anzugreifen.